Ja, das kommt vor, dass sie das manchmal macht. Du bist also jetzt meine Babysitterin? Cooler Satz. Schön gesagt. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Es war ja das Richtige. Man muss ja vorsichtig sein. Deswegen nichts für ungut. Nichts für ungut. Es passiert mehr oft als ich sagen kann. Wenn du dich fühlst, ich bin nicht gut. Ja. 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 Ich gebe es mal zu, damit fing das ganze Spiel an. Genau. Ja. 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 Ich zeige. Als�ys. Ja. Ja. Ich weiß Frau, welchebold und pureste Geschichte machen werden. Ja. J heart Talenten für was du zري Ig, Massé? Schöne. Das macht er alles auf esseëlle Sied. Es ist nicht wert. Du versuchst, sich alle zu retten. Du versuchst, niemand zu retten. Es ist besser, als nicht zu retten. Du wärst wunderschön, hier zu bleiben, John. Diese Frau, Norma... Enough! Es gibt keine Entscheidung zu machen. Ich brauche ein Wort mit dir. In privaten. Schnell verlassen sollen. Oder er will wissen, wie Greg gestorben ist. Eins vom Bein. Ja, zwei Töchter. Und ich weiß nicht, wo sie sind. Ich weiß nicht, zwei kleine Mädchen. Ich weiß nicht, was sie sind. Ich weiß nicht, was sie sind. Ich weiß nicht, was sie ist. Ich weiß nicht, was sie sind. Sie hat sich nicht mehr geblieben. Wir haben sie geschenkt, damit die Kinder nicht mehr sehen können. Die Schnee... Sie hat ihre Brühe verletziert. Wir haben ihn verletziert. Ich weiß nicht, was sie nie da war. Es tut mir leid. Ich bin wirklich entschuldig für Ihre Verlust. Danke. Ich versuche, auf unsere Kinder zu fokus auf. Aber die Vergangenheit... Sie sind immer zu finden. Sie sind immer zu finden. Seitdem Sophia... Ich versuche, unsere Familie zu Hause zu halten. Aber wir sind weg. Schlauhe nach Schlauhe. Und jetzt, dass Sam sie und Greg... Ich kann wirklich deine Hilfe nutzen. Dein Freund, Pete, mir alles über Norma erzählt. Über was passiert. Wenn sie uns findet, wir nicht eine Chance haben. Aber du bist eine Person, die sich selbst hält. Wir helfen. Wir helfen natürlich. Whatever sie sind. Wir mussten ihn töten. Danke Gott. Die Wahrheit tut vielleicht weh, aber... sie musste sein an dieser Stelle. Es war das einzig Richtige. Und da sind sie wieder. Und da sind sie wieder. Du bist hier. Du warst miles entfernt, sicher und kalt. Wie fühlst du dich? Es wäre nichts anderes wert, um zu leben. Was ist von meiner Familie? Das ist, was ich um zu leben. Was zum... Nein! Hey, Kabu! Verdammt nochmal! Mit dem hab ich gar nicht gerechnet. Und... Der arme Mann! Genau an dieser Stelle! Nein! Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Wir hätten ihn töten sollen. Wir hätten ihn vorhin einfach töten sollen. Das wäre sinnvoll und am klügsten gewesen. Jetzt... haben wir hier... ganz große Scheiße am Laufen. Entschuldigt den Ausdruck. Aber es musste jetzt mal sein. Denn das beschreibt die Situation noch am ehesten. So, dann gucken wir uns mal kurz um. Okay. Da wäre der eine. Und... da ist der andere. Der ist mir zu weit weg. Ich werde mal wieder zurück. Und den da greife ich an. Genau. So. Den werden wir umbringen. Steht fest. Wow. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir ihn so umbringen. Aber es hat geklappt. Okay. 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 Hey. Langsam reicht es mir aber mit dem. Ganz ehrlich. Ich bring den um. Wenn es die Möglichkeit gibt, wird der einfach umgebracht. So, jetzt reicht's mir wirklich. Komm schon. Freien wir uns. Und noch ein drittes Mal. Und viertes. Boah, ist das... Das ist gemein. Okay, aber er hat's verdient. Nach all dem, was er den Leuten angetan hat. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Oh, du... Naja, ich glaub, wir müssen die Schulter wieder einrenken. Und auch das ist schmerzhaft gewesen. Ich bin jetzt mal gemein. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Ihr wisst, normalerweise bin ich ja nett, aber... Wie hast du uns gefunden? Ich bin noch nicht tot. Ich weiß nicht, ob das eine intelligente Idee ist. Ich bin noch nicht tot. Aber du bist da. Und ich bin hier. Und ich bin hier. So, Michelle. Was willst du mir sagen? Aufgrund von mir, ich hoffe, dass ich mehr zerstöre. Das glaube ich ihm nicht. Das glaube ich ihm nicht. Ich bin noch nicht vom Tor festhalten. Randall? Ich habe dich gefunden. Okay, wir machen das jetzt mal. Das war ein guter Giron. Das war ein Fehler. Und ich werde sicher, dass er es kennt. Aber ich werde ihn verabschieden, nicht du. Dieses kleine Spiel, das du spielst, ich mag nicht. Wir werden bald sein. Ich nehme diesen Wunsch und brauche deinen Skull. Dann Sam's und dein. Hm, unwahrscheinlich. Und das letzte, aber nicht zuletzt. Diese Kinder auch. Ich sah ihre kleine Hände in der Tür. Ja, aber Norma wird ihn nicht mehr lebend. Finden, wenn's nach mir geht. Ihr seht doch nicht wie dein Vater. Nachdem du noch ein Gesicht hattest. Was? Ja. Ich fürchte ja, er hat ihn wirklich getötet. Randall hat ihn verabschied. Nein! 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 Jane! Wir sind nicht egal. Egal was wir tun, die kommt hier wie so rein und will alle umbringen. Genau. Ich hab mich schon entschieden und ich mag diesen Typen einfach nicht. Also da haben sie auch einen Charakter erschaffen, muss ich mal sagen. Also da haben sie auch einen Charakter erschaffen, muss ich mal sagen. Ich bin nicht der Bale oder der Bale. Oder vielleicht bist du dich. Denn wenn dieses Tag übernimmt, dann sind wir verabschiedet. Böge mich. Und Norma hat dich unterbaut, bis du alle tot bist. Verabschiedet! Lass mich leben. Und ich mache es sogar noch schlimmer. Verabschiedet! Aber wir beide wissen, wie das ender wird, Michonne. Du magst zu töten. Und du magst zu töten, mich oder dich. Nur sagst du Randall die Wahrheit. Ich habe eine große Haut. Du wirst nicht schmerzen meine Gefühle. Du bist richtig. Es fühlt sich gut, dass du das in die Öffentlichkeit rauskriegst, nicht wahr? Oder vielleicht... Vielleicht du denkst, Du kannst über all das aufstehen. Aber es gibt kein Schöne, Schöne. Und es gibt kein Schöne, unten. Es gibt nur diese Scheiße. Jeden Tag, bis du sterben. Und du weißt, was der Scheiße ist? Du kommst. Und steckst. Geh. Komm doch endlich mal zur Sache. Wenn du einen Punkt hast, komm schon an. Auf mein Weg, Darlene. Ganz ehrlich. Das ist die Welt, wo deine Kinder sterben sind, Michonne. Okay, das ist überraschend, dass sie sich jetzt gerade selbst sieht. Oder sie sind in der Schöne. Oder in der Schöne. Okay, jetzt darf ich endlich, hoffe ich. Wie gesagt, normalerweise spiele ich ja nett und lieb und lasse immer alle leben, aber dieser Charakter hier, der kommt wieder, der würde uns nur Probleme machen, deswegen ein Problem weniger und los. Das nächste Mal bei The Walking Dead Michonne. Where you only have your thoughts for company, and those can be mean, nasty. You want to believe all lives and all gifts for this? Believe me, they don't. It's true. Things always fall apart. But we're the ones who bring them down. Die dritte werde ich dann auch spielen, sobald sie verfügbar ist, das habe ich ja schon in der ersten Episode angekündigt. Leider ist sie noch nicht raus, deswegen müsst ihr euch ein bisschen gedulden, aber sobald sie dann raus ist, wird sie zeitnah auch von mir gespielt und dann könnt ihr euch die hier auch auf YouTube ansehen. Ansonsten wieder die Auswertung der Entscheidung, diesmal von Episode 2, Gewehre kein Obdach, nannte sie sich im Deutschen, vorne stand ja der englische Titel. Wie ihr seht, habe ich mich wieder nicht ganz an dem gehalten, was die Community sonst gemacht hat. Also, hast du Pete bei dir behalten oder ihn allein losziehen lassen? 82,5% haben sich genauso entschieden wie ich und haben Pete bei sich behalten. Bist du ans Telefon gegangen oder den Schritten im Flur gefolgt? 74,6% der Spieler sind ans Telefon gegangen und hast du Pete erzählt, dass du fast Selbstmord begangen hast. Das haben 35% der Spieler nur getan, der Rest hat's verschwiegen. Ich fand aber, dass das an der Stelle doch passend war. Ja, und ansonsten, wie hast du auf den Funkruf von Norma reagiert? 57,4% haben Rände sprechen lassen. Ich gebe zu, da habe ich aus Versehen zu früh die Maustaste losgelassen, sodass das Gespräch abgebrochen war. Ich hätte gerne gewusst, was er ihr erzählt hat, aber na gut, was soll's. Und die letzte Frage, was hast du mit Rände getan? Da war sich die Community unschlüssig, nämlich 53,1% haben ihn umgebracht, die anderen haben ihn leben lassen. Also, ziemlich Hälfte, Hälfte mit der Entscheidung, was macht man mit ihm? Aber ich muss sagen, ich konnte nicht anders, ich musste ihn einfach umbringen. Denn es ist klar, so oder so gibt es Probleme. Norma wird uns immer, egal was passiert, die Hölle heiß machen. Wenn Rände noch lebt, dann wird's eventuell noch schlimmer. So ist es zwar auch eine Katastrophe für sie, aber andersherum. Wir werden sehen, wie es in Episode 3 weitergeht. Ja, ich muss sagen, mir macht dieses Spiel immer noch wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Ich werde dann Teil 3 spielen, wie gesagt, wenn's rausgekommen ist. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und bis dahin, macht's gut. Tschüss.